es morgen wird herzlich kommen zurück zu roh natürlich zu ww 2k 17 und ich hoffe euch geht's gut mir geht's gut und wir spielen heute und haben eine menge spaß in rosemont illinois ja und und ich hoffe ihr seid mit dabei wenn es heißt wieder ww 2k 17 und es ist vollbracht wir haben ich habe wir ich habe ww 2k 18 vorbestellt das bedeutet wenn es rauskommt seid ihr mit dabei und heute gehen wir auf ein schönes match zu würde ich mal behaupten ich bin mal sehr gespannt wie das so sein wird was macht er denn da hinten tag team match oder nicht ja momentan gewisse fehler drinnen okay 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 und ich hoffe euch geht's gut mir geht's gut und ich bin mal gespannt gehen wir kämpfen wir wollen ja kämpfen los geht's aber dann da wie gesagt wie du ks 18 ist vorbestellt also wenn das gleich rauskommt haben wir das spiel und dann wird's auch gleich natürlich eine folge gegeben beziehungsweise ein live stream ich bin mal gespannt auf dieses schöne spiel auf den story modus und so weiter so wird das gemacht was 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 oh oh Er hat den Stuhl reingebracht, Alter. Wie geht denn gut los hier? Ja, perfekt. Wenn ich jetzt ein Zicknischer mache, geht er weg. Oh, keine Chance gegen uns. Okay. Oh, okay. Dann machen wir das hier. Oh, raus. Oh, hat er nicht geschafft. Ja. Und wieder auf dem Kopf, immer auf dem Kopf, immer auf dem Kopf. Ja. Oh, los geht's. Wir müssen aufladen nochmal, wenn wir es können. Oh, fuck. Wie viel mehr? Wie viel mehr? Wie viel mehr sind Sie bereit, um dieses Spiel zu gewinnen? Das ist nicht wahr. Hey, er geht's wieder. Gut. Und jetzt. Hey. Er ist draußen. Hm. Ach, komm schon. Oh, komm schon. Der Schiff. Der Schiff. Das ist auch. Oh, komm schon. Das geht um. Boah, fuck! Na komm schon! Schauen wir das! 1, 2, genau! So wird das gemacht! Die Idee, den Tinten, den Tinten. Die nächste Show bei SmackDown, meine Damen und Herren! Bis gleich! Ich bin speechless! Deswegen hoffe ich, ihr seid mit dabei bei G80. Und ich hoffe, ihr seid auch gespannt natürlich! Dann schauen wir mal! Los geht's! Was? Aber weißt du was? Ich will kämpfen! Aber wer ist unser Gegner? Wer ist unser Gegner? Er kommt! Wo ist sie kommt! Wieder in Tech Team Match natürlich! Und das sind The Dudley Boys! Los geht's! Los geht's! Wir da! Der Dudley Boys! Jetzt geht ja gut los! Er ist in meinem Hals drin! Er ist in meinem Hals drin! Ich habe noch ein bisschen geschlafen! Deswegen konnte ich nichts machen! Was ist denn los? Ah! Was ist denn los? Was ist denn los? Oh, danke, alter! W2W! Ja, das tut weh! Oh, fangen wir mal jetzt richtig an! Oh! Ooooooh! Oh! Cain feiert eine Party hinter uns! scheiße Oh nein! Oh was? So, wer das gemacht? So Eigentlich würde ich jetzt dings machen Perfekt Kommt er raus Okay Was ist jetzt? Ah, schade Cain! Komm schon Oh, ich habe ihn auf den Offensiv Und es sieht, wie es sich dasnicht ist Es ist so schön Aber ich würde sagen, könnte es gehen Ich würde sagen, könnte es gehen was mich rein das war das denn so wird das gemacht ja du jodo hat die dinge abgemacht wir haben das jetzt noch machen war wieder zu früh jetzt hängt das spiel was steak guys he's sending a message to the entire WWE locker room here comes on so wird das gemacht no person could take much more of this and Devon Dudley is not looking good things have clear got much worse here for Devon Dudley but I think you'll agree we'd be crazy to count him out now there's still plenty of fight left in him but John this guy's such a gamer you just can't catch he's endured heavy blows here I don't know how much longer he can go the referee ah perfect match king oh my gosh this is awful I'm gonna tell you something whenever you get hit like that for the next 15 minutes everybody you see has an exact win this is what makes him one of the best in the business oh 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 I don't know how much longer he's gonna be able to go oh auch noch einmal probieren oh 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 das ist eine aufgabe du hast da leider jetzt blute ich auch noch das ist Fuck 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 Man, man, man Man, man, eh Man, man, eh Nein Oh, fick dich, alter Ja I think everyone knows how that must feel Incoming Few superstars are as dominant as this guy Kacki I think I just saw a turk go flying He's looking at it again Look at this He's just barely moving I'm not sure he can get back to his feet Okay, we'll try it again We'll try it again We'll try it again Okay, we'll try it again We'll try it again Gotta be careful not to take on Too much more damage here Here's the cover for the win Nah, so we're not able to get it Okay He needs to dig way down deep If he wants to keep going now Oh, man From the high-rent disc I wouldn't know what that's like Oh, that's good Oh, that's good, man He's got him down, Cole Is this it? He could be He's got some fun left in him You know, you can never count this guy out, Cole He's showing the heart of a warrior here tonight Oh, geez He's knocked in the next week He saw that one coming At this point You think he'd have that move Sooo eine k***, alter Oh, no Hard shot Nasty landing Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Hard shot Nasty landing Oh 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 If the money comes in And so I don't Oh, f*** plumbing Pen görüş da auch nöder kommen was ist schon wieder dann los ich kann das nicht mehr ok und nein also das spiel kotzen wir mal an jedoch andersrum auf mich jetzt gut ich kann keine was man few superstars are as dominant as this guy bringing the action back inside now here we go kato oh here here what is that that's not exactly that's it okay guys that's it for this episode we'll see you in the next episode i hope it has been a little bit a little late but well we'll see you next time i hope it has been a little fun forget to like and to comment and to subscribe if you haven't done it and i wish you a good day and have a good day and have a good day bye 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 call you i you 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 you